Alter, ey, ich muss mit Vayne auf Botlane. Vayne-Spieler sind immer richtig aggro und wenn ihr jetzt auch schon einfach nur fuckrandom schreibt Ich frag mal, why fuck? Ich bin übrigens ultra slow Lolo dann gleich. Ja, was hast du denn so dabei? Nur slow Items. No close to forgot bun. Gesundheit. Was war das denn für ein Geräusch, Alter? Hast du gekotzt? So Leute, jetzt bekommt ihr eine neue Runde Bronze Bravery. Die Lane ist schon vier, dank Logitech. Nochmal Applaus. Ich hatte First Blood. Christo hatte First Blood. Hier ist der Item-Bild. Hier ist mein Item-Bild. Ich muss W-Maxen und ich bin einfach fucking slow Lolo. Und ich habe Toxic Vein auf der Lane. Toxic Vein des Todes. Oh, Leute, ich bin komplett anderlevel. Ja, aber du levelst halt viel schneller hoch jetzt, ne? Okay, wir haben kill. Nur machen. Easy, easy, easy peasy. Aua. Fuck, fuck. Läuft. Komm schon, Vein, Vein, Vein. Vein interessiert's. Vein interessiert's. War's knapp? Ja, Ultra. Hier oben läuft eigentlich ganz gut. Aber ich habe halt auch... Nein! Wie viel Dammit! Weil ich so low bin, ey! Fuck! Fuck! Ich komme langsam wieder ran. Du levelst ja auch schneller, wenn du ein bisschen behind warst, ne? Ja, geht. Ich nehme mein Level wirklich schneller. Ja, ja, aber dadurch, dass ich so lange weg war und auf den niedrigen Level geht's eigentlich. Gut. Aber läuft bei mir. Okay, dadurch, dass ich warm war... Oh, ich bin so dumm! Dass er einfach E macht, Alter. Geeeitt. Geeeeewie können wir das mal aufgereiessen machen. Geeeeeeeitt. Fак. Nice! Katherineaa. Bömmbömm. Okay, ich bin einfach der König der Welt. Es läuft nicht, Alter, man. Ich starte einfach in Minute 10 in diesem Game, kacke, ey. Kann ich gleich da hoch teleportieren? Der ist ein Ripp. Oh, leid, ich komme von oben, ich komme von oben. Ja, hier sind noch mehr, ne? Ja, geil, dann bin ich jetzt Ripp. Nee, nee, ich komme, aber ich kann halt nicht in dir reinfacen. Habst du's? Ja. Oh, nice. Alter, ist der Gefilde, ey. Ja, der kann dich. Du kannst ja auch nicht, dass er mich stütten kann. Ja, du kannst ja auch blinden. Aber ich kriege den nicht. Nee, ich kann, mein blind bringt ja nichts. Der ist klasse. Die Van kann eigentlich die ganze Zeit übel gut farmen. Aber die hat halt trotzdem... Ey, der Lucian farmt halt richtig gut. Jawohl, ich hab 3-0. Wo ist Fiora, ist die Farbe? Nice. Ah, Fiora ist unten, ne? Nice! Jetzt wird ein Schuh draus. Oh, leu. Ey, mach den ja so. Der Warwick ja easy, Alter. Der Warwick ist halt immer sehr durch. Alter, 7-0? Ja, aber gerade eben, als ich das letzte Mal guckt hatte, hat er 3-0. Ich glaube, er hat unten gerade einen Quarter oder so gekriegt. Ja, ja, der hat unten gerade komplett abgesahnt. Was ist eure Mission? Ah, ich kann sie nicht mehr machen. Alter, der Warwick! Jawollo! Jawollo, Apollo! Jawoll! Nice! Das war eine CC-Chain des Grauens, alle. Aber richtig. Das ist nur möglich wegen Slowlo. Der Warwick ist richtig gut. Er ist einfach auf den Lucian gegangen und hat den Baum ignoriert. Obwohl der schon die ganze Zeit an seinem Busch war. Ice Bunker und der bringt gar nichts, weil das triggert doch nur bei Nahkampf, oder? Nein, ne, ne. Aber der, der Dings ist... Oh, lol. Der hätte ich Ulti machen können, aber ich war nicht... Ne, ne. Das war... Übel. Überraschend. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Ich kappe noch Ult. Das ist okay. Okay, wir können da nicht rein. Ja. Oh, da hättest du ein bisschen früher... Äh, ein bisschen später noch machen können, glaube ich. Wobei hat er... Ne, er hat keine Mucks. Oder nur Safety Kill. Alter, was geht mit ihm? Kann du mal aufhören? Oh Gott. Ist okay. Oh, lol. Lol. Okay, 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 okay. Dann... Alles cool. Hat es ein bisschen spät gemacht, wa? Was ist eure... Mission? Au! Oh, wie schön. Sie hat es überlebt. Fiora ist hier ungefähr mit 10 HP. Echt? Ja. Ne, die ist eh schon base jetzt. Aber gut, dass du checkt das. Komm mal hoch, ich komm mal hoch. Ja, ich komm, ich komm hier lang, hier lang. Jetzt rechts lang, rechts. Okay. Ja, wir sollten hier weg, da kommen noch mehr. Oh, jetzt hol ich mir den noch. Fein Buh. Läubchen. Alter, was für den Huren so'n Buh. Ja, wieso? Er wollte doch! Tschisch! Drakta! Drakta! Er weiß halt wie der Hase rennt. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, aber... Okay, aber... Egal, die kriegen wir alle, die sind alle low. Die sind alle low. Die sind alle low. Aaasssa**** Ich hab's grad noch gesehen. oh oh Warst du da etwa geblindet? Und verwandelt? Die kalte will auch nein ich komme auch lowi sie mich backpinkt die hure nimmst dir alles max Okay die hat kassiert Ihr kassiert. Schönes Ding, Harry. Du bist ein Wizard, Harry. I'm a what? No, I'm just Harry. Lol, Wall ist raus. Äh, Leute? Wer ist tot? Oh, lol. Ja, ich komm zu dir. Max, komm hoch. Ja, 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 ja. Äh, komm mal. Ja, das ist mal viel, der bespricht. Ja, ja, ja. Gebleitet. Lol, was geht bei denen, Leute? Und jetzt auch schnell. Huh! Never lucky. Oh, ich tank so viel. Ich bin Trevor. Pass auf, das ist ja so. Dumme! Bist du dumme? Bist du dumme? Bist du dumme? Der Q-Stack macht doch... Was? Ich bock doch den Q mit meinem Blind. Alter, Junge, ey, du rennst da einfach lang, siehst ihn ja so. Ja, natürlich. Ne, ich hab ihn ja gesehen. Nuuuup. Max, ich hab den komplett auf. Oh ja, hält die Backen. Schön am Schein. Ah! Schau, was geht bei dir? Rett da rein. Leck, 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 leck. Schon ein Award? Habt er in die Base gesehen? Oh, lol. Wo, wo ist drin? Hab ich geschildert? Oh Gott, seh nichts. Ah! Oh, lol. Den kriege ich! Ja! Nächsten! Ja! Ja! Warte, wir malen Luschen, okay? Oh, lol. Oh, nein. Oh, lol. Mein Schaden, aber es reicht nicht. Führ ihn zum Pilz! Führ ihn zum... Ah! Lauf ihm den Pilz! Lauf ihm den Pilz, Junge. Lauf jetzt ohne Grund dahin. Warum auch irgendwie du da hinten laufen solltest? Die rennen da einfach rein in den Lolo. Ist so schön. Dann werden die zu Tieren. Und dann lacht sogar Amumu. Alter, wie ist das denn her? Brrrrraak! Hodor. Ah, ja. Ja, ja, ja. Gute Rühe, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, oh, den hätte ich nicht nehmen müssen. Jo, Rasur. Tschüss! Oh, nein, du stirbst, oder? Ich kann nichts machen. Oh, warum nicht? Kann ich dir leider nicht mehr helfen? Oh, nein. Oh, sie hat drüber geflasht. Leute, kommt da hinterher. Ja, und sie geht wieder rein. Da, 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 da. Oh, lol. Jetzt bist du ripp. Aber du hast kein Mana mehr. Mach deinen Slow. Ich habe kein Mana. Oh, Max. Max, er will das 1 gegen 1. Aber dann kommt, oh, da, da kommt noch mehr. Alles easy. Wir müssen unten helfen. Okay, ich buff ihn. Mach mal. Oh, ja, so. Oh, ja, so. Oh, leu, wir haben trotzdem zerrissen wurde. Ja, jetzt kommt er, nein, das ist Kackschild. Oh, shit. Oh, shit. Kämpfen. Und niemand. Doch, du musst mir jetzt helfen. Bleib ihn. Hab ich. Okay. Und, ja, so, ja, so. Ja, einfach alle jetzt. Oh, ich mach dich schneller. Hab ihn. Oh, wow. Nice. Mein Damage ist halt sick. Ich hab einfach nur... Das war ein guter Bait. Ja, danke dir. Oh, schau. Aber die Fiora? Nice. Okay, die... Oh, verdammt. Mein Blind war nicht ab. Aber guck mal, die Base. Hätte ich jetzt TP. Ah, damn. Bitte, Bilski. Loll, was fängt der Baron an? Alles klar. Alles klar. Macht er einfach... Was zur Hölle? Er kann's halt auch einfach machen, Loll. Was? Wie bitte? Ja. Ja, schön. Schön. Ja, Huzo ist da. Ja, der hat Q raus. Boink. Nimm die Pilze. Nimm sie an. Oh. Ich bin auf LashDee. FlashPlace. Beide geslönt. So läuft das. So. Ja, genau. Ja? Der killstil. Überlebt es. G-G-W-P. Alles klar. Der überlebt es. Oh, Doppel-Explosion? Ah, schade. Ja, G-W-P. Das war eine weitere Runde. Brauchst du Bravery? Bis zum nächsten Mal, ihr Snitches. Tschüss. H evac. No Mhm. He Eyes. Ja. 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 restraint. koń ーja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017